Das ist hier der Katerstattel. Der Katerstattel. Der Katerstattel. Der ist von Blut. Was machen sie hier? Hi. Hallo. Voll lame. Der darf das nicht wirklich machen. Der hat irgendwie einen Reifenball und dann macht er so langsam. Aber die Karre, die er gerade ausgepackt hat, explodiert relativ schnell. Wenn ihr damit mit dem Quad gegenheizt, dann ist das Ding hoch. Soll er ein bisschen aufschießen? Aufs Haaraut? Da kommt was. Kommt ein Marit oder so. Ja! Nein! Nein! Oh Gott! Aber er hat sich nicht getötet. Saboteur! Er ist tot! Da ist Polizei gewalt! Wie stellt ihr den erschossen an? Aber er hat es doch geschafft. Er hat es doch geschafft. Er ist gegen gefahren, aber er ist nicht schnell genug gewesen. Ja! Da kommt doch noch was! Da kommt doch noch was! Nee, er parkt nur noch einen ein. Nein! Das macht der Kollege schon! Jetzt wird er auch noch erschossen! Riko! Das war Riko! Oh nein! Eingezierte Schussherrkarte! Ich muss auch jemanden wegkratzen! Warum? Warum haben wir das gemacht? Wir haben überhaupt nichts gemacht! Wir haben auch schon mal parken! Nein! Ich bin dafür! Sie hatten einfach alle einmal von hier oben rein! Ja! Auch die Polizisten! Auf ein Auto schießen! Warte, bis es explodiert! Ja, alle auf dem Auto, wo alle angeschossen sind! Das ist kaputt! Was ist das denn? 4! 4! 4! 4! Auf dem blauen! Auf dem blauen! Alle auf dem blauen! Auf dem bunten blauen oder auf dem blauen- Auf dem blauen- Der kleine mit grüner Aufschrift! 2! 1! Jesus! Ja, 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 ja! Ohoho! Chip! Haku ist down! Tot der Polizei! Ja, wir haben ja ein bisschen in die Luft gejagt. Vielen Dank.